Cori Vita ist keine weitere von vielen bestehenden Nahrungsergießungen. Cori Vita setzt vielmehr an bei einem ganzheitlichen Bewusstsein für Gesundheit. Es steht für ein neues, bewusstes Handeln und Denken, seinem Körper, ja, seinem ganzen Sein gegenüber. Alles beginnt mit einem klaren Ja zur eigenen Verantwortung gegenüber unserem Körper und unserer Gesundheit. Das heißt für uns, am Anfang stehen Laboranalysen und eine genaue Ermittlung des persönlichen Gesundheitszustands jedes einzelnen. Denn jeder Mensch ist anders. Jeder von uns ist ein Individuum, hat andere Bedürfnisse, spezielle Lebensumstände und natürlich seinen ganz, ganz eigenen Stoffwechsel. Erst wenn uns Ihre Stoffwechseldaten Aufschluss über Ihre ganz individuellen Bedürfnisse gegeben haben, erst dann konzipieren wir wissenschaftlich basiert und ganz individuell ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept für Sie. Doch damit begnügen wir uns nicht. Uns geht es um ein dauerhaftes Arbeiten gemeinsam mit Ihnen für das Beste, was uns hier auf dieser Erde geschenkt wurde, unseren Körper. Dies gilt es zu erkennen und zu berücksichtigen. Denn individuelle Anforderungen erfordern individuelle Lösungen. Das ist unser Konzept. Und deshalb können standardisierte Massenprodukte klarerweise keinen dauerhaften Erfolg haben. Das ist vergleichsweise so wie Autofahren im Winter mit Sommerreifen. Das heißt, Ziel ist zum einen die optimale Lebensqualität in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter. Und zum anderen nur ein gesunder, sich in Harmonie mit uns befindlicher Körper ermöglicht es uns, unser Bewusstsein auch auf andere wichtige Dinge zu lenken. Unser Bewusstsein so zu lenken, dass wir wirklich Regisseur unserer Gene sind und eigenverantwortlich unser Leben und unsere Gesundheit gestalten können. und hierzu gehen wir mit uns. Vielen Dank.